Und auch im Dezember Oh nein, ich hab nicht so den Punkt auf deinem Kopf Oh, bin ich jetzt erschrocken Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5 Online Und wieder mit dabei sind die üblichen Verdächtigen Und zwar der Agrokolb Hallo Der Chrisplay Moin Moin Der Mr. Helm Mahlzeit Der Noxi Servus Der Onkel von Gamers Check LP Hallöchen Der Rivano Ja, hallo Ja, und noch im TS zockt aber gerade nicht mit, ist der Scorpio Moinsen Genau, der hat es nicht geschafft, jetzt ins Spiel mit reinzukommen und deswegen Verdammt nochmal Und es geht los, glaube ich Ich muss mal kurz eine Runde aussetzen, aber ich denke, das wird man schon verkraften, oder? Ja, ich muss ja wieder Chat rechts stehen Oh, Deathmatch, hab gleich aufgepasst Chat, Chat, Chat Wir müssen wieder wechseln hier Ja Ha So, wir spielen jetzt Deathmatch Also 4 gegen 3, würde ich sagen Ach ne, das ist komplett Deathmatch, ne? Boah Oh, Alter, Chris Oh, der Ernst Alter, die Map kenne ich noch gar nicht, cool Wer geht ab? Oh, wer ist das? Oh, nein, oh, geh weg, geh weg, geh weg, du stinkt hier Nein Oh, stirb Wer war das? Du stinkt hier Alter, fuck, man kann hier ja auch runterfallen, ne? Boah So, die Rache Alter, was? Die Rache, ich wollte gerade mal gucken Was hier so abgeht in Disneyland und schon direkt bei ihr erschossen Oh, der Quizmel von hinten, weißt du? Der Bushafen hier schon wieder, der Stalker Hey, der Helm, jetzt hab ich dich Rache ist Blutwurst Verdammt, wusste es noch, dass ich da rumrenne Weiß einer von euch, wie C4 in die Luft fliegt, muss ich da was drücken? Nein, gar nichts Muss den Auslöser drücken Oh, wo ist das? Geht raus Er hat mir das Ding aus der Hand geschossen, die Sau Ah, wer schießt da, nein! Ich hab dem Revan und das C4 direkt aus der Hand geballert Oh, wie geil, ey Warum schießt einfach mal quer da rüber? Alter, ich kriege ja gar nichts auf die Kette, was ist denn hier los, ey? Boah, wie nicht umfällt Boah, der letzte Schuss Wo ist das? Ich bin fast tot, ey, normal Alter, ich brauche unbedingt eine Panzerfaust, oder mindestens zwei Panzerfausten Schöne Rolle, aber hat nichts gebracht Wo seid ihr denn alle? Das weiß ich selbst nicht Ah, klar, hinter mir Papa Helm, der alte Camper, wo war der wieder, ey? Ich kam hinter dir gerade angelaufen Oh, Mann, ey Aua Ich lauf ganz friede vor heute Eierkuchen mit meiner Knappe Ich wollte niemandem was tun Oh Mann, hier kann man nicht langen, verdammt Ich häng hier fest, ey Richtig Alter, das gibt's gar nicht, wenn ich umfällt So geht das Beendest du meine Sorge Aufs Maul War gut Ich hab meine Profi-Urkunde letztens abgeholt Alter, da, die Rache ist Blutwurst, ne? Die geknippig kriegt Wano hier, so So, ich hab jetzt... Rewano Check-AP Rewano Check-AP Was war das denn jetzt? Ach, das ist nicht gewollt Rewano, Rewano muss ich noch ein bisschen leiser drehen Schrei mal bitte nicht, Rewano Ach komm, ey Abstauber Ne, das war Noxy Ja, die Grübe weggemäht So, der Noxy schon wieder So, da hab ich ihn, Headshot Äh, ich hab euch mal, äh, den größten Teil Mal eine Freundesabfrage verschickt Ach, der Papa-Helm, der alte Veteran Nein! Uah! Ich zieh ihn immer auf die Klöten Ach Mensch, wo kommt der denn her? Ach Mensch, wo kommt der denn her? Ach Mensch, wo kommt der denn her? Ich hab keine Ich hab keine Ich hab keine Mein Charakter hat keine Uah! Du hast doch nen Stealth-Anzug an, ich hab dich gar nicht gesehen Boah! Das schon wieder Oh, wer ist das? Ach, der Rewano wieder Ey, wenn du es mal bei anderen Ich tue dann so einfach wär Ah! Ah! Voll in die Fresse! Das ist ja auch kein Futter Aber hier treff ich jedes Mal Heddy Gabax hat sich direkt neben mich gelegt Ja, weil du zu hoch am Hitz Ich hab das Gefühl, sonst sterben die Leute nicht Kann das sein? Oh, der ist halt Der war gut, ey Der war richtig Der war richtig Der ist ja jedes Mal direkt in die Birne Meine Fresse, halt Oh, Mann Das haben wir nicht so Ähm, Onkel? Ja, bitte? Ich habe auch eine, äh, Anfrage, äh, an die Crew gesendet Oh, who cares? Ja, sehen wir dann schon Ist jetzt, äh, äh Ne, ich sag, ich sag, wo du bist Ja, interessiert mich nicht Wir sind gerade am Aufregen Sorry Ja So, wen haben wir denn da? Oh, wir haben gerade einen schönen Headshot gegeben Alter Schwede Oh, du Drecksack, Alter Der ist der Quiz schon wieder Ey, der gibt's da gar nicht Egal wer, ey, wer stimmt Oh, nein Wäre ich mal auf dich zugewandt, ey Nein, nein, nein Ich muss den Quiz, glaube ich, töten Ich muss ihn mal suchen, ne? Wow, wow, Alter Was spawnte ihr denn da? Oh, krass, ey Ich treffe nicht Links, rechts daneben Ich bin gerade auf die Welt gekommen und direkt werde ich beballert, ey Gerade auf die Welt gekommen Ich bin mit Klamotten und mit Knarre geboren worden Bei denen war es gerade genau andersrum Du? Ich hab die reingespawn Ah, nein Nein, du Drecksack Ach, da kämmt einer oben auf dem Darm Ich kämpf Jaaaaah, gekillt Rachekelle Du standst vor mir und der steckt seine Waffe weg Was ist denn da los Jetzt rein Wollt ihr sterben Wow Alter Papa, an die weg Nein, 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 nein Scheiße, ich hab das Gefühl, hier stirbt bei einem Headdy Ich hab das Zebra gezähmt Was? Das Zebra? Nein Das war ein Insider noch g'si den Ach, Scheiße Lass dich doch nicht einfach so ablenken, lol der spawnt einfach direkt vor mir, was geht? Alter liegt hier viel Geld rum, stirb, Agro. Nein nein nein, die soll nicht rum. Ach komm ey. Ach so, es heißt hier, komm. Welche Taste ist denn falsch, wenn man vom Gebäude springt? Alter was spawnt ihr denn hier einfach direkt vor mir, was ist das? Das gibt's überhaupt nicht. Alter geht weg. Ich glaub die Map ist komisch. Irgendwie. Geil. Gefällt mir. Ich blick dann nicht durch. Spring mal runter an Noxie. Ja, aber das ist schon übersichtlich. Es gibt keinen Fallschirm, nutze ebenso. Du wolltest mal probieren ne? Ja ich hab's probier. Boah von den Seiten. Oh ja ist klar, geht weg. Oha. Oha. Steck die Rübe. Boah was geht denn hier? Ja. Aha. Geh weg, geh weg, geh weg. Verliebt die Brauszeichnung Headbanger. Wow. Zu Glück, Kind. Man stirb, ich schieß die ganze Zeit. Als würden die Kugeln um dich herum fliegen. Tun sie, das ist Wanted hier. Weißt du das? Ich weiche aus wie in Matrix, weißt du das? Ich schieße wie in Wanted. Was? Alter was kommt ihr denn da? Du musst du mich jetzt erschossen. Das war ich nicht. Was? Alter wie hier Blut am Kran klebt. Ja, deins. Keine Ahnung, es kann sein. Man, da spawnen die mal hinter mir, das ist doch. Ich muss den Gabax wieder kriegen. Alter, das gibt's doch gar nicht, ey. Warum? Ich hab dir nix getan. Ach ne, von hinten auch noch geschossen. Scheiße, wird dann auf dem Dach gefallen. Warten Regen. Nein, ich muss nachladen, warte. Ivano! Mh. Du bist schon wieder hinter mir, he? Lass mal stehen. Exakt. Oah. Oah. Hey. Oah. Geht's so ab? Drei Leute, ja. Nein! Drei Leute, ja. Drei Leute, ja. Bei dieser Map hab ich echt ein bisschen Probleme hier. Bei dem Spiel, ich weiß auch nicht, ey. Da hab ich Reflexe wahrscheinlich, weil das alles so bunt ist. Bei anderen Schuhler. Ah, du sagst, ey. Wie auf Drohung, ne? Ich dachte, er läuft weiter, weißt du, ich guck, wo ist er denn? Ich drehe mich umgestoßen. Wichtig, bevor ich Rainbow Six das nächste Mal spiele, irgendwas nehmen, ey. Ja, ist klar. Warum hast du jetzt was genommen, oder was? Ne, aber hier ist alles so bunt, da treff ich. Aua, aua. Oh, ich hab doch geschossen, ey. Ach so, okay. Das ergibt das hin. Ich hab doch vollgeschossen? Ei... Nein, ich wurde von Heino getötet. Von Heino? Ja. Schwarzbrauni ist die Haselnuss! Nein, 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 nein. Nein! Das gibt's noch gar nicht. Aha. Gipp's, ne. Komm mal. Praktiko sind schon wieder so kittet. Die Haselnuss. Haselnuss. Schwarzbrauni ist die Haselnuss. Mein Fadenkreuz war schon auf deinem Gesicht. Ach, oh guck, das ist auch... Gabax hat schon 30 Kills, Alter. Ah, da hat er mich, der Onkel. Übermenschliche Kräfte sind hier im Berge. Jaja, what, jetzt sag ich doch. Die Macht ist halt mit ihm. Übermenschlich. Genau, die Macht ist mit mir. Übermenschlich. Und auch im Dezember. Alter, bin ich erschrocken. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Aua. Nein. Das macht ja eine tolle Rolle. Wie kann man überhaupt so eine Rolle machen? Mit Leertaste doppelt, also zweimal drücken. Ach komm. Mann, das gibt's doch gar nicht. Schön von hinten gestartet. Telefon? Nein. Interessiert mich jetzt nicht. Ah. Der Onkel, der trifft auch ziemlich gut. Oh. Hallo? Was ist denn das? Agro Kolb hat mich umgenietet. Das gefällt mir überhaupt nicht. Agro Kolb. Wer war das? Noxi war das. Du siehst so ein bisschen aus wie... Also dein Charakter sieht aus wie Elektroloid. Eigentlich wie ich aber so. Boah, das gibt's doch gar nicht. Komm Chris, du hast doch... Du hast wirklich was genommen. Ja, der hat das Ziel-Update aktiviert. Ah, der Drecksack. Der wartet an der Ecke auf mich, weißt du? Ich hab dich ja vorher schon gesehen. Ich bin vor dir weg und dann... Ich denk so... Wo rennt der denn hin, ne? Ich komm und dann steht er da und zielt mich schon an. Ich höre die ganze Zeit nur 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Oh, immer von hinten. Die Schweine. Das ist meine Runde. Ich schieße mit der Pumpe ins Bein und du läufst ein. Das kann doch nicht sein. Mit der Pumpe. Ah, mit der Pumpe wassergepumpt. Wo ist der Drecksack? Ah nein, nicht von... Ah shit. Oh, ich kann mich nicht umdrehen wegen diesem scheiß Rohr da. Dieser Drecksack. Skorpion, Daxi, ist jetzt... Komm, Energie, ey. Geht mal weg bitte. Danke. Nein, nein, nein! Der Kraut! Jo, was war das? Da hat uns... Da hat uns... Keine Ahnung. Ich hab gekuschelt und ich hab einfach reingerotzt. Ja, ich wollte... Ich wollte noch irgendwo eine verpassen, ey. Aber hat leider nicht geklappt. Hm! Oh nein! Warum denn ich? Warum ich hab... Ich bin... Warum ich? Warum ich? Ich bin... Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, Daxi. Jetzt mach ich dich kaputt. Das ist so ein Idiot! Das ist... Alter! Nein, das wollte ich gerade machen! D-d-d. 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 Du bist der Quoten-Geräusch, das weißt du. Wie geil war das denn jetzt? Du bist runtergefallen, dann voll meine Quoten-Geräusch und dann... Das... Er war unten. Scheiße, irgendwas... Irgendwas beballert mich. Jetzt bin ich aber der Quoten- Der Quoten-Rote. Alter, ohne Scheiß. Wenn ich irgendwann Star Wars spielen sollte, spiele ich einen... Einen aus dem Imperium, ey. So wie ich schieße gerade. Oh, hier haben wir so nichts treffen. Das ist schon wieder. Gibt's doch gar nicht. Hier ist er doch. Ich dacht's doch. Ich dacht's doch. Von wem? Helm. Ach, hab ich dich auch getötet? Ich dacht jetzt gar nicht... Ich dacht, der Helm ist gar nicht mehr da. Das ist hier, Leute. Oh, scheiße! Jetzt aber... Ne, das gibt's doch nicht! Der war gut, ey. Der war gut, ey. Der war gut, ey. Der war gut. Ah, geh weg, geh weg! Oh, der steht doch schon wieder da. Boah! Neu! Ja, ich pack die Waffe weg, ich Trottel. Ich hab mir das Schrot in die Kasse gedrückt. Boah! Der hat an meinen Spawnpunkt gewartet, der sagt... Boah! Boah! Alter, der war einfach nur episch. Der hat schon Zelt aufgebaut. Da kommt der Rivano gleich. Boah! Scheiße! Alter, ich komm auf die Welt, ey. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, ey. Bin ich bescheuert. Naja, also... Boah! Ach, scheiße! Oh, nein! Weiter! Oh, Sexta! Siebta! Wie viele Leute sind wir? Sieben. Sieben. Nein! Boah! Das ist ja wie Mobbing hier. Sechs... 56 Mal haben nichts gegen Mobbing. Oh, Chris Bay hat er aber diesmal auch echt... Also, Chris Bay war jetzt nicht zu... ...unterschätzen, ey. Boah! Nee, das war wirklich... Aber ey, ganz... Boah! Also, ich muss sagen, Chris, wir sind ziemlich eng aneinander. Das hab ich ja mal geguckt. Deswegen meinte ich ja, ich muss den Gabax wieder kriegen. Ja, wie heißt er hier? Scorpinox, das muss aber schnell reinkommen, ne? Wir haben noch mal so ein paar Sekunden. Das ist es halt. Wie das ist es? Wie das ist es? Bei den typischen GTA-Online-Probleme. Vielleicht kennt ihr es ja auch. Das ist einfach nicht... Es lebt einfach nicht. Und dann zeigen wir... Was machen wir denn jetzt? Wir haben doch hier noch einen Haufen... Aktualisieren. Warum aktualisieren? Wir haben doch einen Haufen Deathmatches. Mit darum, weil die nicht so toll sind da. Vielleicht merkt das Onkel wieder Rauch im Mund. Ähm, Onkel, once more. Du könntest es jetzt noch mal versuchen, bevor ich jetzt schon wieder gecrasht werde. Boxenstopp. Was machen wir denn jetzt? Boxenstopp. Noch ein Deathmatch. Macht so Spaß. Ich will meine Rache. Ich will meine Rache. Ich will meine Rache. Zu spät. Ach so. Da darf ich. Alter. Könnte ich mir ja noch mal eine Lange schicken. Hm, sieht gleich los. Jede Kugel zählt. Hm. Oh ja. Aber ich kann mit dem Präzisionsgewehr weniger treffen, als mit einer Pistole. So. Was ein Gemetzel, du. Einstellen, bestätigen. Meine Freunde. Feste und aufnehmbare. Okay. Und fest kannst du auch einstellen oder was? Ach, da ist Sturmgewehr. Okay. Gib mal allen eine Panzerfrau. Die gerade eben war richtig leist, die Waffe. Wir spielen nur mit kleinen Wappen. So, jetzt habe ich Scorpio auch eingeladen. Nochmal. Welche, welche Waffe war das gerade? Sturmgewehr oder was? Äh, MP5 war das glaube ich. War aber nice ey, die ging gut. So, jetzt habe ich... Oder MP7 glaube ich war das. Ja, kaum vorzogen. Oder wir nehmen mal die Pistole. Die Hardcore-Pistole. Ach, Guck, du spielst trotzdem mit Controller, ja? Level 734, genau. Guck, bist du dir ja ganz sicher? Ja! Das ist doch gecheatet! Er lebt in dem Game, oder? Das Geile ist, das ist ein Team-Deathmatch. Und jetzt sind wir acht Leute. Ja, das passt doch. Das ist kein Team-Deathmatch. Das ist kein Team-Deathmatch. Ja, ja. Steht da aber. Das Böse kennt keine Pause, dieses traditionelle Team-Deathmatch. Ich schalte es doch aber um. Ich liebe Onkel seine Versprecher. Ich wette... Was habe ich jetzt schon wieder gesagt? Ich wette... Ach komm mal, Kanonfutter, Scharfschütze... Ich schelte mit dem Alter... Ich schelte mit dem Amateurschütze. Onkel, ich wette 10.000 auf dich. Verlass mich nicht. Du hast 10.000? Was machst du hier? Liebe auf Chris... Oh Gott, mit der AK geht's wieder los. Liebe auf Chris? Also Gabax, das hat jetzt falsch gesagt... O Gott. Okay. Wie viel habt ihr denn auf den Volk? Vergiss, was ich gesagt habe. Ne, das kann ich nicht selber vergessen, Gabax. Ach komm, ey. Ich bin gerade auf die Welt gekommen. Ja, ich doch auch. Leiden nicht! Du wartest, du warst schon hier. Feuer, Alter, ich war... Fuck! Heulen! Gefährt mich einfach der Noxi um! Boah! Alter! Jetzt ist meine Lunge zerplatzt! Ey, stopp doch mal! Wow! Doppelkill! Hallo, ich bin im Drive-In! Und direkt gegenseitig gefählte Metzeln! Hallo, ich hätt gern Pommes und n Hotdog! Lieber im Drive-In als im Drive-Bei! Aua! Bin ich von hinten erschossen? Nein! Einmal ficken oder schicken? Was? Ein Max-Ficken und Salat! Man, ich spawn hier jedes Mal in der Mitte, das ist nicht fein. Sie wissen schon, dass das gleich piekst. Wer piekst? Wie ist es denn? Ist es denn bei Wirklichkeit? Ist denn der Papa-Helm gestorben? Natürlich! Ich ja gar nicht! Boah! Alter, ich werd ja... Oh nö, ich werd ja von allen Seiten belümpft! Ja, sauber! Das war direkt der Headshot! Irgendeiner sitzt im Auto drin, so ein Schwein! Schwein! Was machst du denn hier? Bleibst du stehen? Oh nein! Ihr habt das auch gehört, dieses Lachen? Was war das denn für ein Scheiß? Scheiße! Ich wollte mit dem Motorrad immer schlauer, nicht so geklappt! Ja, ich bin auch mit dem Motorrad in die Schranke gefahren und erstmal überschlagen und dann leg ich da... Scheiße! Okay, okay! Gibst du, du hast heimisch geübt! Warum soll ich heimisch geübt? Warum soll ich heimisch geübt dann? Zwei Seiten wieder! Wie oft soll ich den noch in den Kopf schieben? Ruhig Blut! Zwei komplette Magazin in den Kopf gezimmert und er lacht mich aus! Ich war schon fast tot, ey! In's Kopf! In's Kopf! Ich bin ein Baum! Ah, du Drecksack, wer war das? Agro, Alter, der alte Teorist, ey! In seinem Containerlager drin! Oh, Tobi! Ah, von wo? Aber immer von hinten dieser Chris! Und wie du nicht umfällst! Ja, und wie ich von hinten noch erschossen werde! Glauben wir killen müssen sein! Ey, das können wir ja mal in echt machen, bei McDonalds hinten! So ein richtig schöner Paintball Match! Was? Natürlich! Ach, scheiße! Drei Minuten hab ich daneben geschossen! Von dem Magazin, der Chris dreht sich um ein! Solange hast du nicht mal gelebt! Ja, leider nicht! Die Map ist auf jeden Fall nicht meine, die könnte von allen Seiten kommen, das ist scheiße! Das ist echt schwer, ja! Ah, ey! Ah, ne Quatsch, das war ja der Helm! Ja, ich hab den Onkel mal eben kurz weggefloppt! Kleiner Taliban! Oh, jetzt geht's los! Oh, jetzt geht's los! Was war das denn? Was geht denn hier ab, ey? Ich will Granaten haben, wo sind die denn? Ja, hier bei mir! Ich will Granaten! Geil! Peino! Oh Gott! Hä? Er kommt! Er kommt! Peinigt die Autoschrot! Ah, was ist wo denn? Oh, das ist aber auch kacke! Nimm die nicht nochmal aus! Ja, die ist total unpräzis! Ach Gott, ey! Mega unpräzis! Dieser AK ist übelst geil! Die ist so unpräzise wie Sau! Echt? Ich... Ich räum hier ab ohne Ende! Also ich glaub... Du darfst es nur nicht ziehen! Wie soll ich denn? Oh Gott! Ich hab den Noxy ausgenockt! Da kam nackter Rivano aus und die Büschen haut mich mit seinem Knüppel hin! Ja, Busch, Mann! Knüppel raus im Knüppelhaus! Alter! Gleich D-Abo! Oh, ich kann nicht mehr! Oh, immer diese Leute von den... Oh! Wie hörst du? Und das mit der Assi-Ecke daheim? Rang erhöht, Schläger, Alter! Das steht nur hinterm Container da! Kann ich jetzt besser zielen? Weil ich dich gesehen hab! Und mit der Knarre hier, da kannst du jetzt den mal draufhauen! Oh, Mann! Rivano, du auch noch! Und da auch noch! Oh! Oh! Bis klar! Immer wieder, jetzt rollen! Ja! Ah, du Drecksack dahinten! Der Onkel, weißt du? Alter ferngesteuerter... Ah, ja! Ah, ja! Du bist Müslkugeln hat der! Boah, Gott! Genau! Ferngesteuerte Kugeln! Von wo kommt ihr denn immer? Von überall! Wir kommen vom Himmel, kommen wir ohne! Wir landen hier! Wir landen hier! Wir sind Engel! Ja, äh... Rivano sieht ja aus wie ein Engel, der vom Himmel gefallen ist! La raus in Sicht! Oh, komm! Ja, ich trage uns hinten! Das macht ihr doch auch immer! Stimmt, das Onkel sei eine Runde! Verdammt! Boah, Alter! Das ist echt... Wow! Alter! Du hast doch bestimmt hier die übelste Rüstung, oder? Du hältst ja alles aus! Ja, ich hab... Ich sammel hier die ganze Zeit noch eine schöne Rüstung rein! Aha! Achso, du schießt gar nicht rum, du sammelst einfach nicht! Ach, der kommt von hinten, weißt du? Steckt mit seinen Stängel da rein, da weißt du? Mein Stängel, ne? Sein TIE-Fighter! Kleinen Wimmel da! Weißt du, vor Angst bin ich gestorben! So! Genau! Vaterhelm hier! Boah! Vater... Vaterhonne! So, da bin ich wohl! Woll! Jetzt geht's los! Ach, kann denn das sein! Alter, das gibt's doch gar nicht! Meine Kugeln, ey! Die haben doch... Ja, genau! Explodier das Teil einfach! Du musst da drauf schießen, ne? Ja, hab ich auch immer gemacht, aber bei mir hat's nix gebracht! Ach, was war das denn? Woher denn? Agro, ey! Wo war der denn wieder? Der hat als Erde getarnt, als Busch oder so! Ja, der Dreck! Als Dreck ist der getarnt! Er hat sich als Erde getarnt! Er hat sich als Erde getarnt! Boah! Ich würd gerne den Tanker da hinten in die Luft gehen! Ah! Er hat genau gewartet, bis ich mich rumgedreht hab, der Drecksack! Aua! 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 Wow! Keine Serie! Nein! Ich hab mir... Auf der Karte hab ich dich gesehen, ey! Also, ich warte hier in den Pommes-Budel-Laden! Ihr könnt gerne den Würstchen mit Kugeln haben! Wow! Nicht von zwei Seiten! Ach Gott! Ich hab doch auf dich geschossen! Ach, das war Maxi! Ja! Wenn sich zwei Streit plötzlich gefüllt wird! Ja! Alles klar! Wer auch sonst? Alter! Wird ja hier... Wenn man hier in der Mitte ist, ist man ja geliefert, ne? Weiß man gar nicht so, auf wen man zuerst erschießen soll! Werden mir jetzt den Pill noch geklaut? Gabax! Ach, wenn man auf den Knopf drückt, spawnt man schneller! Ja, natürlich! Du musst ganz schnell klicken! Ach, wartest du immer, oder was? Ja, natürlich! Ach, viel Spaß! Ach, Gott, ne! Dreht euch nicht um, der Onkel steht hinter dir! Und guckt! Alter Onkel, du leckst bei mir ganz schön! Ich leck überhaupt nicht! Der Onkel leckt herum! Ich tu mich hier schnell hin und her bewegen und der sagt, ich leck! Alter, jetzt hast du... Jetzt... Ich leck überhaupt nicht! Boah! Boah! Oh, findest du ein... Gebt den mir einen ins Gesicht! Gelöchert! Ja! Ja, da überfährt mich hier gleich einer, oder was? Ja, das ist der Papa, weißt du? Der kommt wieder mit seinem Auto hier! Ja! Ach Gott, hat mich getötet! Da! Zappel, du! Ich dachte schon, du wärst es gewesen! Nein! Oh, geil! Ey, du hast mich gar nicht getötet, Kollege! Nein! Alter, fahr doch mal rum! Ist ja wie Weihnachten hier, ey! Ich bin der Hackenschütze, ihr Kollege! Alter, was ist das? Aber was tun sie denn? Ja, das kommt hier! Komm, Mama! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Ey, Papa! Wer schießt mich denn von hinten an? Was soll das? Mann, Chris! Du, du musst doch klicken! Chris, ich hab den Beweis, dass sie hacken! Oh, Mann! Komm! Wenn der immer von der Seite getötet würde! Ich hätt ihn ihm so richtig schön geben können! Aber nein, du musst mir wieder den Kill klauen, Onkel! Hey! Oh! Voll, ey! Das ist so ein Scheiß! Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Wirst du überfahren? Ja! Geil! Alles richtig gemacht! Du hast mich abgeschossen! Ich hab mich rumgedreht! Dann kam ein Lowrider! Oh, jetzt geht das wieder los, ey! Mann! Wie war das nochmal mit Granatenwerfen? Mann! Wie geht das? Ja, mach ich! Rechte Maustaste halten! Zum Ziel! Hab ich! Und dann, wenn du die rechte Maustaste hältst, einfach links drücken! Hallo! Ja, hab ich! Aber der lässt dich immer fahren! Nee, die lässt... Ach! Weil du immer das Recht möchtest, dass du das nicht löst! Alter! Schon wieder verlinkt! Mit der Schroß! Oh! Ja, der Schafschütze dahinten wieder! Weg mich doch! Weg mich doch! Oh, jetzt schon wieder von hinten! Oh! Oh! Der durchbust! Der Christ macht einen Schuss und spinn ja jetzt mal weg! Das ist ein Schuss... Zwei Mouine und unner! Oh! Der kleine Dregsack, da hab ich ausgeschaut! Verdammt! Verdammt! Oh, Alter! Jetzt, jetzt, jetzt geht er! Oh, ja genau! Ist klar! Oh, lol! Das war ein guter Headshot! Hier von der Seite! Danke! Oh, Mann, ey! Was ist denn hier los? Ich hab noch den Nokian! Mann! Was ist denn da los? Was ist Nokian? Oh! Der Helm fragt sich rückwärts als mein! Oh, hey! Soll ich dir noch ins Gesicht schießen? Wow! Ich hab' meinen Helm auf! Ich hab' meinen Helm auf! Ich hab' meinen Helm auf! Aua! Wo sind's? Ey! Von hinten wieder der Schlingel, ja! Ach, du hast bist Helm aufgesetzt, wie das? Ja! Ich bin hier nicht da, um mit dir zu schnudeln! Bitte was? Oh, nein! Alter, der Maxi wird ja im Gebüsch geborene! Der ist Buschklingel! Ey, das wurde jetzt... Boah! Er wurde haarig erzogen! Ey! Was wurde er haarig erzogen? Wurde haarig erzogen? Was ist denn hier? Ich weiß auch nicht, wir haben ihn gerade gefunden! Ey, warum ist denn da überhaupt Schaden hier? Ja, ne, ich bin unverwundbar! Ich hab' den Terminator-Mod aktiviert hier! Oh nein! Außer Gabax! Er hat durchdringende Kugeln! Ey! Zweiter, was?! Nein! Ich bin erster! Sechster! Sechster! Ich bin nur mein letzter! Ich hab's geschafft! Gerade so! Der Ivano war mein letzter Tod! Äh, mein letzter... Getöteter! So! Ich bin dein letzter Tod, hallo! So, Folge vorbei! Das mit Gabax, das der Ivano hat, brauchen wir nicht mehr angucken! Was? Ja, guti, ne? Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge! Oha! Oh, der Skorpion hat Geld! Ciao, liebe Leute! Ich hab 20.000 verloren! Tschüss! 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 Tschüss!